Duell! 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 Vattel A3, S53, Mack. Der jüngste Abgeordnete im Bundestag. Es wird frei. Morgen! Hallo, hier ist die Elmi-Radioshow. Oder habt ihr gedacht, das ist Käpt'n? Hup! Eine Stunde Sendung, alles kaputt! Samstagabend vor dem Fernsehen, alles am Lampfen, am Schmatzen, da. Wieder Papier anrasseln. Ha, 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 ha! Große Routini, sage, bitte! Schwarz! Morgen! 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 Die Elmi-Radioshow in Farbe und Estereo. Ha, 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 ha! Hier ist das C-Team! Nee, du musst sagen Anke Engelte. Also, okay. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist Anke Engelte. Ja, ja. Anke Engelte. Und Christian Tee ist froh. Morgen! Morgen! SWF 3! Morgen! Morgen! SWF 3! SWF 3! SWF 3! SWF 3! SWF 3! Morgen! Ich bin Jo Schweizer. Ich bin nicht Stefanie Tüking. Ich bin Efi Savard. Ich bin sozusagen das Freund vom Weckdienst. Sascha Zeuss große Routini. Und Katrin Piertaler. Und überhaupt. Ich bin Dietrich Förster und jetzt sitze ich mal im Büro statt im Kino. SWF 3 ist, wenn du langsam Falten kriegst und trotzdem jung bleibst. Mock, Mock, Mocken! SWF 3! SWF 3!